Wir alle wissen ja, dass Elon Musk Stau hasst. Stau ist super ärgerlich, vor allem in den Ferien. Und genau deshalb gibt es eine geniale Aktion von Tesla. Um das Verkehrsaufkommen in den Ferien zu reduzieren, dürfen wir jetzt kostenlos superchargen, außerhalb der Stoßzeiten in den Ferienzeiten. Hier schicke ich ganz große Props an das MyDealsForum. Hier hat Madin84 den Deal hochgeladen heute um 13 Uhr. Tesla schenkt uns kostenloses Laden an Superchargern vom 18.02. bis zum 6.03. Immer freitags bis sonntags vor 8 Uhr und nach 19 Uhr. Also insgesamt an 31 Säulen in Deutschland. Geniale Aktion. Schau dir in die Beschreibung für mehr Details. Suchst du weitere so geniale Aktionen, wie du zum Beispiel 525 Euro mit deinem E-Auto verdienen kannst oder für 19 Cent laden kannst, dann schau auf unserem Kanal vorbei. Bis bald!